Ein großer, gewaltiger Fehler, den diese sogenannte Bundesregierung erneut begehen will. Sie will erneut Flüchtlinge in dieses Land lassen. Aber haben wir nicht schon einmal diesen Fehler begangen? Es ist wohl noch nicht so lange her, als dass wir vergessen haben. Und nein, wir werden es nicht vergessen. Wir sind eine stolze Nation und die wird von diesen Zecken unterwandert. Denn wir sind noch mehr. Ich kenne das Video. Und Sie halten das nicht für volksverhetzend? Absolut. Das ist auch Sinn der Sache, dass Leute wie Sie es verstehen, dass es so nicht weitergehen kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, seine Meinung kundzutun. Welche denn? Wählen gehen? Zum Beispiel. Ich bitte Sie. Das ist erniedrigen und deprimieren zugleich. Sie haben es wohl noch nicht versucht, oder? Das macht ja alles keinen Sinn. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Das können Sie. In 48 Stunden. Verdammter Wichser! Ich habe heute Abend einen Kongress und will hier sofort raus. Ich kann auch 96 Stunden draußen machen. Ich werde euch den Laden hier stürmen lassen. Versteht ihr? Seht euch vor! Wir sind noch mehr! Versteht ihr? Wir sind noch mehr! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.